Herzlich Willkommen zurück zu Super Mario Galaxy 2! Hallo! Hallo! Ich bin auch dabei! Hallo! 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 Der hat einen Brief vor uns! Der hat einen Brief vor uns! Der hat einen Brief vor uns! Äh... So! Ja, der gleiche Brief wie immer! Super Mario, bitteschön! Dankeschön! Die macht einfach Copy-Paste-Briefe! Moment! Einfach zehnmal geschrieben oder zehnmal kopiert den Brief und dann weggeschickt! No! So! Ja, wir haben ohne Ende Kometen! Haben wir doch noch ganz viel zu tun! Haben wir die denn schon fertig? Nee! Können wir das fertig machen? Ja! Okay! Hat der Schloss nicht gemacht letztes Mal? Wir so! Nee! Hm! Äh... D? Äh... B-E? Nicht B-E... Äh... Man kann nur dadurch! Ja! Hä? Hä? B-E? 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 bist du wahnsinnig. Das könnte ich ja nicht ahnen. Ja was sonst? Ich weiß ja nicht. Ich kann ihn nur durch, aber dann macht er das glaube ich nicht mehr mit dem Bullet-Bild schießen. Möchtest du die da hinten kaputt schießen, die Dinger? Ja, bitte. Wenn du es schaffst. Und. Ja, pass auf. Sag doch was. Ich habe mich zu sehr auf das Ding konzentrieren. Ich habe es auch nicht gesehen. Ich habe auch auf das andere geguckt. Mach mal. Nochmal. So. So. Kann ich nicht drückdudeln. Wo ist mein Zeig? Dein Knie war im Weg. Oh. Mano. Alles ist im Weg. Ja. Schlimm ist das. Ich kann da nicht reinlecken. Kannst du nicht reinlecken. Nein. So. Schalter umlegen bitte. Dankeschön. Paul jetzt auf. Yep. Oh. Wollt ihr eigentlich das Ding treffen? Ist ja auch egal. Ist nicht egal. Doch. Da sind eh nicht viele drin. Da hinten aber. Pass auf. Pass auf. Ich weiß. Okay. Jetzt weiß ich das. Nochmal passiert das nicht. So. Jetzt muss ich mir den Schalterlecker umlegen. Den kann ich auch nicht machen. Aber warte. Okay. Ich warte. Ich will erst was der schießt und dass ich die entsorgen kann hier. Ne. Feuer. Oh. 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 Ja komm leben raus. Oh. 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 So. Soll da auch rauskommen. Dream. So. Perfekt. Halter umlegen bitte. Ja. Ja. pine. Ich muss hier eine ruhige Überfahrt haben. Ich würde uns stacheln. Ja, warum nicht? Ich habe da mal was Neues. Doch keine ruhige Überfahrt. Naja, ist schon ruhig. So. Oh, komm her. Swoosh. Ich kann das aber ganz schön gemein. Und weg hier. Yay. Komm her. Diesen Hammerbruder treffen. Hammerbruder, die. Hast du ihn jetzt umgedreht? Das habe ich wohl. Hat überhaupt nicht weh, glaube ich. Hm, was? Aha, man kann die Dings töten. Ja, renne halt mal lachend in den Laser. Auf Yoshi? Ja, wo ist denn Yoshi? Hast du ihn getötet? Auf Yoshi. Oh, du hast ihn getötet. Da ist er. Da, da, da. Ich möchte da hinten schon mal ein Dings hinschießen. Das klappt, glaube ich nicht. Doch, das klappt. Oh, Mann. Ich geh doch halt erst da hoch. Nein. Nein. Das wird nicht. Das, guck mal, du schießt immer vorbei. Mann. Lame Shit. Da. Ah. Friss Münze. So. Jetzt brindiert das da noch irgendwann in deinem Mund. Fühlt sich ausprobieren. Ja. Umlegen. Oh, Mann. What the fuck? Huch. 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 Schiff. Stargate. Ich glaube, du musst da hochwüpfen. Äh. Ne. Genau, mach mal sauber. Da sammeln. Dankeschön. Muddeli-Hammer-Bruder. Ja. O-Kometen-Münze. 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 Muddeli. Danke. Und weiter. Oh Gott. Yay. Machst du das? Ja. Was ist das da kaputt machen? Ich weiß, aber da kommt der neue. Ah. Schnell. Das war knapp jetzt. Ach, Quatsch. Doch schon. War das knapp. Ja, so überall so. Äh. Wir haben es ja. Wir brauchen nichts. Entboss. Yay. Also nicht Entboss, aber. Entboss. Einer von vielen Bossen. Ein Zuschauer-Boss. Einer von vielen Bossen. Ah. Ah. Die sind so bequemer und so. Wie lausch ich? Ja. Hast du nicht genug? Ich werde dich von meinem gemütlichen Cockpit aus fertig machen. Wie ist der? Sag's doch nicht. Du bist also von unseren schönen großen Sternen hergekommen? Dann hol ihn dir doch, du Angeber. Nö. Oh. Was tut der? Voll Megasort und so. Er so. Er so. Er so. Zwei Hämmer. Hui. MC Hämmer. D-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d. Oh, da kommt eine ganz Fette. Uh. Kann ich ihn so treffen? Nee. Du musst doch die blauen Nippelstrache. Muss ich den Nippel treffen? Stimmt. Ah. Ich halte das mal. Yoshi. Yoshi. Ach, Yoshi. Wieso? Ah. Habe ich gar nicht gecheckt? Ah. Habe ich ihn jetzt genommen? Ich weiß nicht. Ich bin zu verwirrt. Aua. Ah. Hier geht es viel zu viel ab gerade. Ich habe ihn aber getroffen. Yoshi läuft wieder weg. Yoshi. Oh Gott. Das andere halte ich ins Auge. Ähm. Jetzt hat das Große das Kleine kaputt gemacht. Irgendwie so. Egal. Oh. Oh. Wieso? Wollte ich Dingsi? Ja. Gib mir da so ein Dingsi. Und dann. Feuer. Nochmal. Feuer. Oh. Verdammt. Das war nichts. Da. Da. Und Nippel kaputt. Ja. Jetzt? Musst du bestimmt da diesen Stern benutzen, oder? War doch so ein Hochkriegstern. Stern. Ja. Okay. Genau. Komm mal da. Ah. Ähm. Ja. Aha. Hui. Wo war der denn? Der. Da. Wofür ist der? Um ihn drüber zu kommen. Ach so. Ah. Von hinten hat er auch noch einen. Aha. Aha. So ist das also. Ach Herr Jemini. Jetzt übertreibt er aber gar nicht. Ich übertreib der Herr mal ein bisschen. Ach. Das war jetzt aber vorbei. Ach. Jetzt dreht er sich um. Ach. 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 Sammle. Sammle Reflex. Das ist ja nicht gerade das Loch war. Kann ich das Strahl hier aufhalten? Hallo. Du bist doch OP, ne? Wano. Ich halte gerne Sachen aus. Aber so OP bist du? Dann auch nicht. Nimm das. Das tut ihm nicht weh. Einfach nur was Trotz. Nimm das. Ich kann gerade nichts anderes machen. Oh. 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 Guck mich nicht so an, Bullet Bill. Ich halte ihn fest. Ah nein. Ah nein. Das sind zwei. Ich kann nicht zwei auf einmal festhalten. Ah. Ah. Schnell rüber. Ich muss ihn noch einmal treffen. Und Feuer. Oh Gott. Ah. Ah. Noch was? Ich glaube nicht. Wahrscheinlich am Kopf. Ja. Kann er sich? Ja. Schaut so aus. Okay. Schaut nach Kopf aus. Okay. Und jetzt? Oh. Ich kann ja nichts dabei fressen. Kannst du nicht? Nein. Ich glaube nicht. Ah. Aber jetzt könntest du. Hä? Wenn er das mit dem Hämmern macht. So lange halten die doch gar nicht in meinem Mund. Meinst du? Wieso bin ich gefresst? Die piepen jetzt. Schießen. Ach. Hab schon. Aber das war falsch. Wrong. Wrong timing. Wrong timing. Wrong. Feuer. Ja. Noch einer. Gib mir den. Gib mir den. Äh. Pieps. 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 Ja. Halt den fest. Ah. Oh. Du nimmst den. Habe ich auch. Okay. Das war mir zu viel. Ja. Mir auch. Oh Gott. Halt ihn fest. Ja. Halt ihn fest. Ja. Ich habe ihn festgehalten. Oh. Das war aber jetzt. Wrong timing. Wrong timing. Timing. Oh Mann. Ja. Wieso. Und kam keiner. Ich weiß nicht. Er hatte keine Lust. Er hatte keine Lust zu schießen. Der Anwessthalten. Yes. Oh. Jetzt aber. Jetzt kaputt. Mach kaputt. Oh. Es fliegt von dann. Das schieft. Jetzt stell mit Nippeln. Der Nippelstar! Yay! Ähm? Kommt der runter? Ach so! Uiiiii! So daneben! Hallo! Wie kommt Mario jetzt wieder runter? Ja mit dem Stern, der fliegt doch dann immer so mit dem. Ach so, ja. Wie Kirby! Wie Kirby? Nur das Kirby drauf sitzt. Das ist das Pferd, was ich nicht festhalten muss. Der kann einfach so mit dem. Ja, Mario ist nämlich awesome. Ja. Swoosh! Swoosh! Peng! Puff! Du, 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 du! Die Pferde immer guckt. Awesome! Hey, hallo! Ich bin Awesome! Wer bist du? Eine vortreffliche Leistung! Das war bereits unser dritter großer Stern. Der verändert auch immer mal seine Stimme, ne? Nur gut, wir wissen sicher, dass dieser Unhold immer noch irgendwo dort draußen sein Unwesen treibt. Lass uns also zur nächsten Weltschippern, Steuermann. Wollen wir jetzt erstmal ein paar Kometen machen? Ja. Also ich. Also du. Und ich tue so, als wäre ich nützlich. Kannst du auch machen? ich glaube nicht so eine retro welt wir sind wirklich schon weit gekommen und das verdanken wir nur deinen anstrengungen übernimmt das ruder und bestimmen den weiteren kurs steuermann nicht das ist ein dass unser verwalter seine kohle von der tut er wahrscheinlich nicht jetzt ja weiß ich doch die bonos verliert seine brille müssen wir dinge sammeln zu viel das ist immer springend so na ja gar nicht mehr ein bettler tod ja 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 wegen dir muss jetzt unser lagertod wieder betteln gehen was hast du jetzt schon bei 600 die galaxie muss immer groß werden jetzt ja ja besser explodieren das was da ist so was das ist feuer oder eine bierne ok